Unsere Reise im FM23 begonnen. Let's go! Wer ist Terry? Manchmal, wenn ich zu Hause auf der Veranda sitze und ins Leere starre, wandern meine Gedanken zurück in meine Kindheit. Fußball spielen auf staubigen Plätzen. Jeden Tag, jede Woche, das ganze Jahr. Nur ich, meine Kumpels und ein zerlumpter Ball. Meine ersten Fußballschuhe waren mein ganzer Stolz. Genau wie das Trikot mit dem Roten Stern, das ich sechs Jahre lang tragen durfte. Bis Terry aus Deutschland kam und mir von seinem Verein vorschwärmte. Von ehrlichem Malocha-Fußball und davon, dass ich für die ganz große Fußballbühne geschaffen sei. Ich glaubte ihm und folgte ihm nach Bochum. Für den Linksverteidiger und Achter, ich war das Herz seiner Mannschaft und dem Sportpark tief im Westen irgendwann entwachsen. Nach fünfeinhalb Jahren ging ich für 59 Millionen Euro zu Chelsea. Goodbye, Terry. Hello, große Fußballwelt. Die Premier League war genau mein Ding. Intensiver physischer Fußball, 90 Minuten Powern. Ich war Terry dankbar, dass er mir das Potenzial dafür gesehen hatte. Als Spieler. Nach meiner Karriere wollte ich Trainer werden. Einer, der für ehrlichen Fußball steht. Einer wie Terry. Ich hatte von seinen Old Boys gehört. Der perfekte erste Job für mich. Doch er entschied sich für Will Danby. Einen schönen Wetterfußballer. Der ist also Terry. Der Mann, der an mich geglaubt hatte? Oder der Mann, der mir nur eine Chance gegeben hat? Mein Name ist Lukas Tujic. Und für mich geht es jetzt wieder auf staubige Plätze. Ich brauche keinen Terry mehr, um zu wissen, dass ich für Großes berufen bin. Eines Tages werde ich die Old Boys trainieren. Oder sie so vernichtend schlagen, dass sie bereuen, dass ich es nicht tue. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im FM 23. Nico Heimer von Kaisu Berlin, meine Damen und Herren. A.K.A. Lukas Tujic. Wir gehen nach Serbien. Und unser Ziel ist es, Lukas Tujic in die Nähe der Old Boys zu bringen, meine Damen und Herren. Denn unsere Geschichte mit den Old Boys ist im FM 22 nicht zu Ende gegangen. Yara, Jeppes, Kemp und Co. sind komplett. Ihr habt mit in den FM 23 gezogen. Shoutout an Da Vinci, der das komplette Ding rübereditiert hat. Die Old Boys gehen weiter. Jeder von euch kann die Datenbank runterladen, kann seine eigene Story schreiben, die Old Boys mit die Datenbank nehmen, parallel laufen lassen, eine Journey starten oder am Ende die Old Boys trainieren. Oder einfach bei den Old Boys einsteigen und direkt loslegen. Wir starten Serbien. Wir starten eine Journey mit der größten Datenbank, die wir im FM jemals benutzt haben. Wir haben fast 100.000 Spieler, wir haben 23 Ligen. Und es kommt wie bei den Old Boys auf euch an, wohin die Reise geht, wie Ostdeutsch seine Karriere vorantreiben kann. Denn ihr habt das am Ende vom Intro gesehen, der Weg nach England ist beschwerlich. Der Weg nach England ist beschwerlich. Und deshalb ist auf euch angewiesen. Sind die Old Boys in der Prem? Und wenn ja, welchen Klub hast du rausgenommen? Die Fragen beantworten sich alle in der Readme-Datei vom Old Boys-Download im Discord. Könnt ihr euch die Datenbank runterladen, aber wir gehen das jetzt natürlich auch noch gemeinsam durch. Wie verstehe ich das mit den Old Boys? Die sind in der ersten Liga. Genau, genau, korrekt. Die sind in der ersten Liga, die haben ihr neues Stadion. Wir haben die komplette History zurückeditiert. Also so, dass das genau die Story ist, die wir gemacht haben. Wir schauen uns das gleich auch noch im Stream im Detail gemeinsam an. Wie das aussieht, was das aussieht, was ihr damit machen könnt, welche Leute drin sind. Also alles komplett drin. Wie gesagt, zurückeditiert. Also das heißt, wir haben ja im FM 22 mit den Old Boys angefangen. Entsprechend wurden die Old Boys jetzt im FM 23 elf Jahre zurück gegründet, also im Jahr 2011, sodass das altersmäßig alles stimmt. Die echten Spieler, das schauen wir uns aber auch gleich noch an, die echten Spieler, die bei den Old Boys drin sind, wie Markus Dürhörst, die haben wir geklont. Das heißt, den echten Dürhörst gibt es, so wie es ihn gibt. Und wir haben dann halt einen Markus Dürhörst bei uns im Tor. Oder statt Jean-Claire Thudibaut halt einen Jean-Claire Thudibaut. Das ist doch klar. Das heißt, so dass ihr die originalen Spieler habt, aber dann auch den ganzen anderen Bums. Schauen wir uns einmal die Datenmark an. Und ihr seht, das sind die Old Boys, wie wir sie verlassen haben. Trainer ist Will Denby, Marc Jara ist Kapitän, Oli Camp ist unser Schlüsselspieler. Ähm... Alles original. Die Grafiken, die Gesichter, alles dabei. Ihr müsst nur, ihr müsst nur die Datenbank runterladen, wenn ihr damit spielen wollt. Das in euren User-Ordner packen, neuen Spielstand starten und dann seid ihr genau hier. Die Leute sehen so aus, wie sie aussehen sollen. Und wenn wir einmal in die Mannschaftsliste reingehen, ähm, wie gesagt, echte Spieler haben einen abgeänderten Namen. Todi-Bow-Wurzel zu Todi-Bowdes, Markus Dewhurst hat den Namen bekommen, den er eh schon immer, äh, hat, der, der ihm, der ihm angeboren ist, Markus Drehwurst, ja, ähm, und er hat leicht graue Haare bekommen, ja, also selbst, selbst das ist passiert, ja, die sehen alle ein bisschen älter aus, als sie, als sie vorher aussahen. Äh, selbst Terry ist ein bisschen, Reian, äh, Ait-Nuri heißt jetzt Ait-Terry und ist auch leicht grau geworden, leicht grau, leichten Grauschimmer, ähm, also alles dabei, alles dabei. Das bedeutet, dass Will Denby auch in der Datenbank ist, das heißt, äh, die große Rivalität zwischen Luke Austolch und Will Denby, ähm, werden wir, werden wir zelebrieren in diesem Stream und, weil ich weiß, ich hab ja die Abstimmung gemacht auf, auf Insta und auf Twitter, lustigerweise Insta und Twitter, beides 60% Kämpfer, also Team Austolch Hashtag und 40% Künstler Hashtag äh, Team Denby und ihr könnt den Stream, ihr könnt den Stream taggen, hier unten, das könnt ihr beeinflussen mit, äh, mit den Kanalpunkten, welches Team ihr gerade Oberhand hat, ja, das heißt, ähm, Team Denby hat jetzt den Vorteil, die können permanent hier gegen Team Austolch stänkern, indem sie einfach den Stream umfärben, ja. Ist damit ein Team mehr in der Premier League? Sehr berechtigte Frage, nein. Was wir gemacht haben, wir haben wieder wie im FM 22, kleine Tradition, ähm, die Sully Hill Moors, ähm, ausgeschaltet, ausradiert und durch die Old Boys ersetzt und haben die dann von der Fünften Liga in die Premier League versetzt und haben dann einfach immer den letzten Aufsteiger wieder eine Liga runterverbrachte, das heißt, in der Premier League ähm, suchen wir vergeblich, ähm, hier, wie heißen sie, die, die Großeinkäufer, Nottingham Forest ist nicht in der Premier League dementsprechend, ähm, sondern spielt in der Championship und in der Championship der Aufsteiger, weiß ich jetzt nicht, wer das ist, den haben wir auch eine Liga runterverbrachte und so weiter und so weiter und so weiter, ähm, ihr seht das, wir haben, ne da, wir haben den Chat jetzt immer im Bild, weil wir haben jetzt einen Live-Kanal, also das war ein Wunsch von vielen, vielen Leuten, ähm, alle die, ich hab so viele Nachrichten bekommen, ich konnte mich, äh, dem Druck nicht mehr, nicht mehr beugen, das heißt, wir haben jetzt auf YouTube einen Live-Kanal, ähm, 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 at FM2-Kette live, alle Oldboy-Streams, alles, was zu dieser Story gehört, wird da ungeschnitten hochgeladen, ähm, einzelne Dinger vielleicht auch geschnitten oder wohl auch geschnitten, ähm, sodass ihr die komplette Story von Anfang bis Ende komplett nachverfolgen könnt und, ähm, wie gesagt, ihr müsst euch benehmen, ja, das ist dann für immer auf Polaroid gebannt, ja, das können die, das können die People of YouTube forever nachlesen, was ihr hier schreibt, also benehmt euch, Freunde der Sonne, ich hab das Realism-Pack drin, ich habe, ich habe das Realism-Pack drin, ich habe das Mehrverletzungs-Pack, Pfeil drin, ich habe diese, diese Datenbank-Anpassung Hansi Flick mit drin, also, hier, eine kurze Würdigung für Andy Summertime, bevor er dann gleich seine Karriere wenden muss, hehehe, ich liebe diese Twists, ähm, und dann schauen wir uns einmal in der Datenbank um, beziehungsweise, bevor wir dahin gehen, einmal, hier, that's the database für, für dieses Jahr, das ist unsere Datenbank für dieses Jahr, also wir haben, oder, oder einfacher, das ist ja das Tolle, pass auf, einfacher, das ist unsere Datenbank für dieses Jahr, das sind unsere Nationen, diese Schlösser sind kein Fünf-Jahres-Plan, sondern diese Schlösser, diese Länder sind für Ost-Trojic zu, gesperrt, da kann er nicht hin, es sei denn, ihr schaltet die frei, so, und das ist gestaffelt, preis, preisweise, nach der, ähm, nach der UEFA Fünf-Jahres-Wertung grob veranschlagt, ja, wir starten in Serbien, in Serbien ist frei, wir starten, wir starten eine Journey, wir starten, ähm, wir starten komplett nackig, es gibt zwei Angebote von zwei Vereinen, ähm, über die wir uns gleich unterhalten werden, welchen von beiden Ostdeutsch zum Start übernimmt, kannst du mir die Karte erklären? Die Karte kann ich erklären und ihr könnt die Karte auch jederzeit einblenden, in jedem Screen, wenn ihr die Karte sehen wollt, auch das geht mit Kanalpunkten, ähm, könnt ihr einfach einlösen, dann wird automatisch für fünf Sekunden die Karte eingezeigt und ich, ich muss gar nichts machen, ihr könnt, ihr könnt in Teilen jetzt, äh, den Stream steuern, also sowohl hier, indem ihr euer Team-Tag hier platziert, ähm, als auch indem ihr einfach sagt, ich will mal die Karte sehen, lass mal, lass mal schnell einblenden, ich hab da mal eine Frage, ähm, dann könnt ihr das, dann könnt ihr das, äh, auch alles, alles tun, Freunde der Sonne. So, jetzt schauen wir uns erstmal, genau, was, äh, Sebastian schreibt, jetzt schauen wir uns das Team an, wo es denn hingeht, ähm, bevor wir das machen, müssen wir einmal einen neuen Trainer erstellen, einen neuen Trainer erstellen und da hab ich schon was vorbereitet, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie gemeinsam mit mir, Luca aus Deutsch, da ist er, wer weiß, ob, wenn ob es Deutsch ist, am Ende tatsächlich zu den Oldboys schafft und das ist der Twist, den wir in dieser, äh, in dieser Story bis zum Ende nicht wissen werden, schafft das zu den Oldboys oder wird er der Erzfeind der Oldboys? Das ist die offene Story, das ist die Frage, wer ist Terry? Wer ist Terry? Ist Terry derjenige, der ihm noch eine Chance gibt als Trainer oder ist Terry derjenige, der ihm nur als Spieler hochgebracht hat und dann ihn hat fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel, ja, das ist die große Frage, das ist die große Frage. Geht, Luca aus Deutsch, Lieblingsvereine, ähm, wir gehen mal kurz rein ins, ins, äh, in seine Biografie, Lieblingsvereine natürlich, Roter Stern Belgrad, wo er seine Karriere begonnen hat, VfL Bochum und Chelsea, vielleicht geht er auch zu Chelsea, vielleicht macht er mit Chelsea und, äh, die Oldboys rund und schießt sie in die zweite Liga. Wir werden sehen, was passiert, wir werden sehen, was passiert. Für alle, die neu dabei sind, nochmal ein bisschen Background-Story zu Luca Ostoic. Als ich mit Stream angefangen habe, das war im FM 19 und deshalb hängt da oben immer dieses kleine Bochum-Trikot, haben wir mit dem VfL Bochum eine Karriere gespielt. Wir waren 13 Jahre beim VfL Bochum und haben dann in Serbien gescoutet oder beziehungsweise meine Scouts haben in Serbien einen Riesenspieler gefunden, absolut Weltklasse und den haben wir für, glaube ich, was hat er gekostet, 3,5 Millionen? Irgendwie so super günstig und die ganze Fußballwelt war nicht an ihm interessiert und er war sofort Weltklasse und wir haben ihn bekommen, tatsächlich, er hat sich dann für Bochum entschieden, ist in die Bundesliga gewechselt. Das ist Herbert Grönemeyer, das ist Howard Green, also nicht Herbert Grönemeyer, sondern Herbert Grönemeyer, damals sehr, sehr aktiv im Chat und hat einen Jugendspieler umbenannt in Howard Green, Herbert Grönemeyer. Das war auch wieder so ein Zusammenfallen, wie es nur im FM und in dieser wahnsinnigen Community möglich ist. Für 2,5 Millionen haben wir Ostoic aus Serbien geholt und der ist der absolute, absolute Granatenspieler gewesen. Der war so gut, Linksverteidiger ist ja immer so eine Position, wo du keine guten Spieler bekommst und er war so ein guter Linksverteidiger, dass wir ihn zum Achter umgeschult haben, weil er einfach so mega gut war und weil man den beim VfL Bochum im Zentrum brauchte, damit er überall Einfluss nehmen kann. Und dann haben wir ein Jahr später oder ein halbes Jahr später oder anderthalb Jahre später auch von Roter Stern noch einen anderen Riesenserben geholt für dann ein bisschen mehr Geld, 5 Millionen oder so, aber immer noch super günstig. Tasewski, der alles in Grund und Boden geschossen hat, das war das Erben der Serben damals und irgendwann konnten wir dann nicht länger ihn an den Sportpark tief im Westen fesseln, was damals unser neu gebautes Stadion in Bochum war und haben ihn dann eben für die im Intro auch genannten 59 Millionen Euro nach Chelsea in die Premier League verkauft. So, und als wir im FM 22 unseren Safe gestartet haben, gab es eben vier Trainerkandidaten für uns, für euch zur Auswahl, zwischen denen ihr wählen konntet damals. und der eine war eben Will Denby, Team Denby, sehr gut, Hashtag Team Denby, der unser Register bei Liverpool war, der andere, also in unserer FM 20 Story, da haben wir eine Journey gemacht, über 60 Nürnberg Atalanta zu Liverpool und Will Denby, unser Register bei Liverpool war, da stand er eben zur Auswahl, Mogi, ein legendärer Verteidiger bei Liverpool, der er mal umgeschubst hat, Ibiza Eles, ein Trainingsfauler Serbe, der uns bei Atalanta und, haben wir den noch? Hat der uns noch? Ne, der ist so, der ist alleine in der Spielwelt wahnsinnig viel rumgewechselt, totaler Fußball-Söldner, totaler lustiger Typ, der stand zur Auswahl und dann eben Luke Ostoic, besagter Spieler aus dem FM 19. So, das ist die Background-Story und in unserem letztjährigen Spielstand mit den Old Boys, die jetzt eben die Story, die wir jetzt komplett in den FM 23 editiert haben, dadurch, dass sich der Vorstand wir für Will Denby entschieden haben, dass es aber eine kleine eingeschworene Gruppe innerhalb des Vorstands gab, die sich als Hashtag Team Ostoic bezeichnet hat, wurde bei jeder kleinen Krise gefordert, wo der Verein stehen könnte, wenn man sich für den richtigen Triner entschieden hätte und dadurch hat Ostoic dann sozusagen den Weg vom FM 19 in die Story, in den FM 22 gefunden und ist jetzt halt in diesem Jahr unser Protagonist, unser Hauptdarsteller. Ja, das ist, das ist der Hintergrund für die, für diese Story und entsprechend die Rivalität zwischen Team Ostoic und Team Denby. Wir gehen rein in die serbische zweite Liga und es gibt zwei Vereine, an denen, die an, so rum ist es richtig, die an Luka Ostoic Interesse haben. Das eine ist ein Verein, den ihr auch schon geschautet habt im letzten oder vorletzten Stream. Das eine ist FK Rad Belgrad, der nämlich von Vorstand und Fanseite die Erwartung mitbekommt, dass sie Nachwuchs fördern sollen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Zielstreben Ostoic, der einfach nur möglichst schnell hoch hinaus will, ob das die richtige Strategie ist, man weiß es nicht. Aber das wäre auf jeden Fall etwas, was er dann zu erfüllen hätte, wenn er seine Karriere vorantreiben will. Rad gleich Arbeit, ein Arbeiterverein. Okay, das passt zu. Das passt zu Luka Ostoic und wir lieben natürlich alle Jugendspieler im Football Manager. Also insofern ist das auf jeden Fall eine passende Nummer und vor allem Rad Belgrad ist lange Jahre ein Erstliga-Ferein gewesen und ist dann abgestürzt. Platz 15, ich weiß nicht, ob da irgendeine Finanznummer dabei war, sind dann in die zweite Liga versetzt worden und abgestiegen. Ja, und wollen jetzt mit Luca Ostoic eventuell den nächsten Schritt machen, wieder zurückzukommen. und der andere Verein ist Slobodar Utsice, wenn ich das richtig ausspreche, hoffe ich. Und das Besondere an Utsice ist, die sind semiprofessionell. Die sind semiprofessionell. Das hatten wir noch überhaupt gar nicht. Die haben ein etwas größeres Stadion und was besonders interessant ist, die waren vor Jahren mal in der ersten Liga tatsächlich und sind dann abgestiegen und sind dann bis in die dritte Liga durchgereicht worden und sind jetzt wieder aufgestiegen und haben jetzt im Prinzip, wollen jetzt im Prinzip mit Luca Ostoic wieder an die alten erfolgreichen Zeiten anknüpfen. Ist ein hartes Pflaster, vielleicht das Richtige für Luca Ostoic, eine Challenge für ihn oder ist es der Arbeiterverein und das entscheidet ihr, meine Damen und Herren. Also Freunde, es wird Rad Belgrad und das ist aus zwei Gründen gut. Erstens ist es ein Arbeiterverein, das finde ich richtig gut. Also deshalb danke an die serbischen Freunde im Chat für den Background, das fehlt mir natürlich. Alles, was nicht in Wikipedia steht. Das finde ich richtig schön und der zweite Punkt ist, Ostdeutsch hat er einen Puffer. Also wenn es nicht, wenn es bei Rad Belgrad zu einer Entlassung kommen sollte, dann haben wir noch ein bisschen Puffer, dann können wir noch den Absprung wagen zu einem Semiproverein. Pufferverein. Also schauen wir mal, was passiert. Okay, Luca ist Disziplin-Fanatiker, kennt sich mit jungen Spielern so mäßig aus, beschäftigt sich mehr mit im Fitnessstudio. Zielschrittigkeit 17, Disziplin 17, Motivationsfähigkeit 15, Anpassungsfähigkeit. Ja gut, der hat schon was von der Welt gesehen, der ist schon anpassungsfähig. Der ist schon anpassungsfähig. Da sehe ich mal so eine 13 und dann schieben wir vielleicht noch ein bisschen rüber. Jetzt haben sie die Motivation, nee, jetzt haben sie die Disziplin weggefräst. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Ich wäre dafür, dass das dann proportional sinkt. Also Anpassungsfähigkeit, Zielstrebigkeit, Spielerkenntnis. Ein bisschen kennt er sich mit dem Fußball aus, aber das muss noch kommen. Führungsqualitäten, Disziplin, Motivationsfähigkeit. So, trainingstechnisch ist er, ist er, ist er, ist er ein Defensivspezialist. Der ist einfach ein Defensivspezialist. Im Torhüter kennt er sich gar nicht aus. Taktik hat er auch studiert. Und er ist natürlich ein Mentalmonster. Und Nachwuchs macht er so ein bisschen, aber nicht richtig. Oh ja, ein bisschen mehr Mentales. Ich würde sagen, das ist Luca, oder? Ich finde, das ist eine gute Ausgangsbasis. Ich finde, das reflektiert ihn ziemlich gut. Verbessern sich die Werte, wenn du bessere Trainerscheine machst? Ja, wenn du Trainerscheine machst und auch mit der Spielerfahrung. Also wenn du Erfolge hast und dich weiterentwickelst, dann entwickelst du den, entwickelst du die Attribute weiter. Es ist nicht wie ein Deutschmanager spielen, dass du die Punkte dann selber weiter verteilen kannst, sondern es entwickeln sich die Punkte, die du benutzt. Also das heißt, wenn du deine Spieler gerne verwarnst, wie wir das tun, hast du irgendwann Disziplin 20. Wenn du die offensive Trainingskategorie übernimmst, verbesserst du dir deine Attribute. Wenn du das nicht machst, dann eben nicht und so weiter. Also Anpassungsfähigkeit verbessert. Die ist jetzt wieder ein bisschen hochgegangen. Das ist ja auch nicht schön. Die Anpassungsfähigkeit verbessert sich, wenn du irgendwo im Ausland unterwegs bist, wenn du dich an neue Gegebenheiten anpassen musst. Das ist die Nummer. All right, Freunde. Wir bestätigen. Wir bestätigen. Und damit geht die Story von Luka Ostoic los. So, Freunde der Sonne, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Da, wir haben einen Club. Es geht los bei Ratz Belgrad, meine Damen und Herren. Wir haben eine Heimat gefunden. Wir haben eine Heimat gefunden. Ostoic hat eine Heimat gefunden. Und ja, jetzt geht's los mit der großen Karriere von Luka Ostoic. Mit der hoffentlich großen Karriere. Und jetzt werden wir uns erstmal mit dem neuen Verein ein bisschen beschäftigen, mit den Sky Blues. Mal gucken, ob es einen Haaland gibt. Hier, wir werden sehen. Wir verdienen 17.000 Euro im Jahr. All right. Und es ist tatsächlich, und das wussten wir jetzt nicht, den Rivalen, da geht's schon los mit der Story. Wahnsinn. Ostoic trainiert den Rivalen, von Roter Stern, wo er groß geworden ist, die wiederum zu seinen Lieblingsvereinen zählen. Das bringt zusätzlich Würze. Er ersetzt den vorherigen Trainer Bogdan Korak. Ach, großartig. 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 So, Medientipp 10. Milus Trifunovic, Knesevic, Gründungsjahr 78, Novi Passar, Erzrivale und eben Roter Stern. Status okay. Kein Transferbudget, aber das habe ich wie immer in der ersten Transferphase deaktiviert. Ah, das sieht schon mal nach Osttäuschusfall aus. Schönes 5, 2 DMs und dann 3, die dann ein bisschen kontern sollen. Und auf jeden Fall, was mir wichtig ist, Freunde, wenn ihr mit der Old Boys Datenbank spielt, was mir wichtig ist, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch einfach wissen lässt, wie es läuft. Also entweder hier im Stream gerne eure Geschichten teilen oder wenn ihr es ein bisschen ausschmücken wollt, ein bisschen Ausflügel machen wollt im Discord, im Story-Bereich, einfach, einfach rein, reinschrauben. Die Nummer 4 war in meinem Beta-Safe, ein Brecher, Duricevic, Vukasin, Duricevic, ein Brecher, 16 Zielbeschränkungen, 16 Tackling, ein Mann nach Osttäusch Herzen. Ja. Mit Leim Niesen in der Hauptrolle, ja wirklich. Sehe ich, sehe ich. Alright, Nachwuchs fördern, Geils-Budget-Einheiten, Mittelfeld abschließen, konkurrenzfähig im Cup sein, dann läuft der Vertrag schon aus und irgendwann das beste Nachwuchssystem des Landes errechnen. Okay, das sieht nach einem, das sieht nach einem interessanten Projekt aus, auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir, erstmal müssen wir den Vertrag verlängert bekommen. Das wäre nicht so schlecht. So, Fan-Beauftrag der Tests zu Fan-Kultur und Erwartungen. So, Nachwuchs fördern, wir sollen uns in der Liga etablieren und falls wir auf die Konkurrenten treffen von OFK, Rotter Stern oder Novi Plaza, so die Normalos nehmen hier 50% der Fan-Kruppierung ein, Erfolgsfans 15, Familien 13, keine Geschäftsleute. Einfluss der Fans ist hoch, Freunde. Derbys werden wichtig, wenn wir welche bekommen. Derbys werden wichtig. 80 Dauerkartenbesitzer, aber ich hoffe, da kommen noch welche dazu im Laufe. Achso, jetzt sind die App Freunde der Sonne, passt auf. Jetzt kommt mein Lieblingsmoment, mein Lieblingsmoment, Andy Summertime, ich hoffe, du bist da. Auf dem Moment habe ich mich die ganze Zeit gefreut. Meine Damen und Herren, Andy Summertime, vielen Dank fürs Öffnen des Spielstandes und viel Spaß in der Arbeitslosigkeit. Tschüss! So, damit hätten wir schon mal das erste Karriereende von Andy Summertime abgearbeitet für dieses Jahr. Nicht schlecht und damit ist das jetzt auch nicht mehr der Spielstand namens Andy arbeitslos, sondern Serbier Kapitel 01 Freund der Sonne. Zack, let's go! Der erste Song der Saison vergeben. So, der frühere Trainer Andy Summertime hat im Alter von 28 Jahren entschieden, sich aus dem aktiven Fußballgeschäft zurückzuziehen, nachdem Lukas Deutsch ihn beim Bierholen ausgenockt hat und um ihm den Job vor der Nase wegzuschnappen. Mit Informationen zufolge soll Summertime diesen Entschluss gefasst haben, dass ich nicht länger voll und ganz der Beschäftigung suche als Ich hab keinen Bock mehr Vollzeit-Nacht-Jobs zu suchen. Oh Gott, danke FM. Mir ist das so anstrengend. Immer diese Bewerbungen schreiben. Geil, Andy Summertime. Hab dich vor Monaten mal hier gefragt, ob wir die Oldboys nicht unabhängig vom neuen Selfie in die Spielwelt mitnehmen. Du fandest das gut, ja, aber hast du da schon gemauert oder kam die Idee erst? Ich hatte die Idee da schon. Ich wollte das nicht so, ich wollte das nicht so, ja, das machen wir. Also, das wollte ich nicht, weil dann wäre die Route ziemlich klar gewesen. Ich hatte damals auch schon, ich hab das Gott sei Dank frühzeitig gemacht. Also, mir war klar, wenn ich das machen will, dann schaffe ich das nicht alleine. Das schaffe ich nicht. Das ist so, Editor ist so eine eigene Welt und dann hab ich mich an den besten gewandt, den ich kannte, nämlich Da Vinci mit seinem Realism Pack und der hat, der hat, also, ich hab ihn gefragt, ich dachte, never ever baut der mir eine Datenbank nach Release, wenn er sein Realism Pack hat. Macht der niemals? Und Nico Heimer genau dasselbe. Aber ich dachte, Fragen kostet nix und ich freu mich, ich freu mich so wahnsinnig, dass das so geklappt hat. Also, vielen, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr Teil der Story seid. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich hab Bock! Nico Heimer, meine Damen und Herren! Ich hab mir die Story geschrieben und ich hatte seine Stimme im Kopf und dann hab ich ihn angeschrieben und hab ihn gefragt, was er dafür haben will. Sagt er, für die Schätzeleien mach ich das gerne. So ungefähr, so ungefähr. Er hat das, er hat das. Großartiger Typ! Shoutout an Nico Heimer von Culture Berlin. Lebende Legende. Absolut, absolut genial. Absolut genial. Was für ein Ehrenmann. Fettes, fettes, fettes Shoutout an der Winchit. Wenn ihr seine Files noch nicht nutzt, tut das unbedingt. Folgt ihm auf Twitter, folgt ihm auf YouTube und wenn er seine Files nutzt, supportet ihn auch super gerne auf seinem Patreon-Kanal. Auch der Link ist in der Readme-Datei von dem Oldboy Stoneload und auch natürlich auf seinem Twitter und so weiter. Ist einfach ein großartiger Typ und wir werden ihn demnächst auch in unserem WS Stream FM Podcast haben. Das aller, allergrößte Shoutout an meine Frau, die da echt mich die letzten Tage von morgens bis abends an diesem Ding hat sitzen lassen, damit... Ich hab die beste Frau der Welt. Ich hab die beste Frau der Welt. Wie lange bleibt aus Twitch bei einem Verein? Immer nur ein Jahr wie ein richtiger Journeyman oder wie es dem Vorstand am besten passt. Wir werden sehen. Osttoic ist ambitioniert. Osttoic hat eine Mission. Osttoic will Trainer der Oldboys werden oder die Oldboys vernichten, schlagen. Ausruhzeichen Osttoic. Und wir werden sehen, was passiert. Wir werden einfach sehen, was passiert. Keine Ahnung. Und wenn sich für ihn eine bessere Gelegenheit ergibt, dann wird er nicht zögern, diese zu ergreifen, wenn es ihn näher an die Oldboys ranbringt. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Markage ist zielstrebig. Ohne Ball 14. Ballannahme 14. Ich glaube, wir müssen tatsächlich einmal die Skinfarben anpassen. Wer das noch nicht gemacht hat, also geht unter Einstellungen. Wichtigseinstellungen. Wichtig? Eigene Skinfarben. Wichtigseinstellungen. So nämlich. Ich würde sagen, wir gehen mal so zwei Attribute runter, oder? 14, 9, und 4. Ich glaube, das wäre nicht so schlecht. 14, 9 und 4. So, jetzt sagen wir mal hoch und runter. Und dann sieht er schon besser aus, der Junge. Dann sieht er schon besser aus. Woran erkenne ich zum Beispiel, welche Durchschnittsstärke für meine Liga gut oder schlecht ist? Also, du kannst ja einfach mal reingehen und guckst dir einfach mal deinen besten Spieler an, so wie wir das gerade gemacht haben, oder einen guten Spieler in deinem Kader. Und der war ja einfach komplett weiß, und dann gab es ein paar gelbe und keine grüne. Und dann merkst du, so fürs Gefühl wäre es schon cool, wenn zumindest seine besten Attribute grün sind, damit du einfach vor deinem inneren Auge direkt ein Bild hast, was das für ein Spieler ist. So, jetzt sehe ich zum Beispiel, der ist eher groß als schnell. So, auf einen Blick sehe ich das jetzt. Dass er ohne Ball gut ist, eine gute Ballannahme hat, also nicht ganz doof und einigermaßen technisch versiert ist. So, da habe ich jetzt direkt einen direkten Blick für den Spieler. Du kannst aber natürlich auch, und jetzt muss ich mal gucken, wo das mittlerweile gelandet ist, hier genau, in den Ligenvergleich gehen und dann kannst du auch einfach mal gucken, okay, wie sind wir denn in der Liga physisch aufgestellt? Und dann siehst du zum Beispiel, dass die Durchschnittswerte irgendwo zwischen 11 und 10 liegen. So, das heißt, du kannst dann sagen, okay, ab, weiß ich nicht, 11 oder ab 12, 13 ist das dann ein gutes Attribut und ab, so, also daran kann sich auch orientieren. Ich mache das eher nach dem Spielerprofil von meiner Mannschaft, wie wir es gerade gesehen haben, dass man einfach so ein bisschen darüber ein Gefühl bekommt. Ich hoffe, der Weg zu den Outposts ist nicht zu direkt. Nein, deshalb gibt es ja, und das ist jetzt die Nummer mit den Deaktivieren, um das nochmal abschließend zu besprechen, diese Länder sind gesperrt. Jetzt sind schon einige freigeschaltet worden, das werde ich nach jedem Stream aktualisieren und dann können wir nur in die Länder gehen, die frei sind und die höherstufigen Länder, also Stufe 3 und Stufe 4 und Stufe 5, was dann schlussendlich England ist, ist halt so schweineteuer, das werden wir nicht in den nächsten Wochen und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Monaten freischalten können und dann werden wir wieder Community Challenges starten, wenn es dann Zeit wird für den nächsten Schritt. Also wir werden uns, wir werden uns hier in aller, wir werden den Trainer, wir werden den Trainer gemütlich aufbauen, denn, und jetzt kommen wir zum, jetzt kommen wir zum Trainerprofil, denn der hat auch noch einen weiten Weg vor sich, also das ist, das ist Lukas Tocic, stand jetzt diszipliniert, zielstrebig, hat schon was gesehen von der Welt, Anpassungsfähigkeit und Fügungsqualitäten sind da, aber ist halt noch kein Weltklasse-Trainer, sondern einer, der jetzt sich hier in der zweiten Liga in Serbien erstmal hocharbeiten muss, so wie er das auch als Spieler getan hat und dann schauen wir mal. Okay, wir versuchen nochmal, dritter Anlauf mit der Kaderplanung, ich höre mal eben auf die US-Viertel nach zehn, das heißt, wir machen jetzt eine Stunde, grobe Stunde, werden wir noch streamen, wir werden die Kaderplanung machen, dass wir ein erstes Bild entwickeln von dem Kader, werden uns ein bisschen im Verein umschauen, was die Situation ist, die Ostdeutsch vorfindet. Denby, eh mal, wenn ich hinkomme, ist Denby da, Freunde, was ist da los? Was ist da los? Weil Denby wird bei den Oldboys entlassen und bekommt eine Stelle als Co. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. Alright, also, wir gehen in den Kaderplaner und wir schauen mal, die vorgeschlagene Formation war ja ein 3- 4-3 mit drei Slots im defensiven Mittelfeld und jetzt sehen wir hier allerdings, dass wir im defensiven Mittelfeld nur Jovanovic haben und bevor jetzt De Boles kommt mit, jeder Spieler kann jede Position und jede Rolle spielen, finde ich das dann trotzdem interessant, dass es so ist und Jovanovic hier mit seinen 21 Jahren noch bei den Erfahrenerinnen am Ende. Führen wir bei Denby aus Deutsch auch als Rival hinzu. Nein, Denby weiß ja nichts davon, der hat ja seine erfolgreiche Karriere, der weiß ja nicht, dass irgendwo ein Serbien auf seiner Veranda jemand ins Leere starrt und Groll hegt gegen ihn. So, jetzt gehen wir einmal in die Regeln rein. Terry als Gegner. Das weiß ich nicht. Also, der ist ja, das ist ja noch das, das ist ja die Story. Das ist ja dieser Zwiespalt zwischen das war derjenige, der ihn da geholt hat und ihm die Möglichkeit gegeben hat, die große Fußballbühne zu betreten, aber eben auch derjenige, der dann dieselbe Chancen einem jungen Trainer gegeben hat. Also, das ist ja, ja, das ist ja der Zwiespalt. Also, diese Hingerissen, Hin- und Hergerissensein zwischen Dankbarkeit und, ja, man weiß es nicht. Es gibt eine Vorphase und dann teilt sich die Liga in zwei Gruppen in eine Schlussphase Gruppe A, also die Meisterphase oder die Aufstiegsgruppe und die Abstiegsgruppe. Terry hat die Oldboys zurückgekauft, die haben ja so einen rapiden Wertverlust erlebt. Nachdem er für die zwei Milliarden bekommen hat, hat er die jetzt wieder für 500 Millionen zurückgekauft. So, das heißt, die Liga teilt sich, dann gibt's in Gruppe A zwei direkte Aufsteiger und dann ein Playoff-Finale, das heißt, der dritte und der vierte spielen dann wahrscheinlich gegen die gegen die Playoffs, Playoff-Teilnehmer aus der ersten Liga, vermute ich. Und Gruppe B, Abstieg, oder die steigen ab und die spielen das untereinander aus. Das kann natürlich auch sein, dass die beiden gegeneinander spielen, Anzahl der Teams vier. Ne, da sind vier Teams dabei. Wie alles Sinn ergibt. Bam. Wir gucken uns erstmal beim Verein um. Okay, wir haben 200.000 auf der hohen Kante. Die Prognose sieht dumm aus. haben wir Schulden? Keine, doch, warte mal. Verbleiben, 62, monatliche Rückzahlung anzahlt. Ja, ich weiß nicht, wie die Finanzen in Serbien sind, aber das klingt für mich jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig viel. so, Arzic, 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 der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. Der sieht richtig gut aus. Übersicht, Nervenstärke, Konzentration, Technik, Passen, Dribbling, Antizipation. Das ist ja ein Spielmacher oder ein Mesaller, wie er im Buche steht. Wie lange wird es beim Defensivfußball bleiben? Also, werden wir sehen, aber ich hätte das schon, ich hätte das schon irgendwie vor, das durchzuziehen. So, Milosejevic ist, ist, ist Zehner. Die Position haben wir nicht in dem aktuellen System. Haben wir denn, haben wir denn zwei Stürmer? Das ist doch erstmal die erste Frage. Mit Mandic und Markovic haben wir zwei gute Stürmer. So, Mandic kann auch nur Stürmer per se erstmal und Markovic könnte auch links außen spielen. So, Bakanovic ist da untergebracht. Also, mein Anliegen ist jetzt erstmal, dass wir jetzt niemanden, niemanden, irgendwie hinten runterfallen lassen, der, der gut ist, aber nicht eine Position spielt, die wir, die wir, die wir nicht in der, in der Taktik eingestellt haben. So, dass hier Stavic ist, ist da abgedeckt, macht die Aufstellung überhaupt Sinn mit dem Kader. Also, wir haben jetzt gerade korrigiert von zwei Sechtern auf zwei Achtern. Auf zwei Achter. So. Und das hier ist ja identisch, also das ist ja okay. Also, natürlich könntest du jetzt auch, keine Ahnung, noch einen Innenverteidiger opfern. Aber bei einer Aufstellung geht es auch nicht immer zwingend darum, die besten Spieler auf ihren besten Positionen zu haben, sondern wenn du jetzt zum Beispiel weißt, du hast eine schlecht besetzte Innenverteidigung und kannst jetzt nichts machen wie wir jetzt transfertechnisch, dann kann es auch einfach Sinn machen, die Innenverteidigung über personelle Überzahl zu schützen. Also, wir haben jetzt auch keinen überragenden Sechser, weil du kannst ja sagen, okay, wir haben jetzt zwei gute Innenverteidiger und einen noch nicht so guten. Wie schützen wir die Innenverteidigung? Wie spielen wir mit den beiden und schützen die dann über einen Sechser? Jetzt haben wir aber keinen guten Sechser. Kannst du auch sagen, okay, dann spielen wir halt mit drei Innenverteidigern zum Beispiel, um dann einfach die numerische Überlegenheit zu haben in dem Spielfeldbereich. Und haben wir schon Silvester. FM-Sylvester. Es ist FM-Sylvester und ich freue mich wahnsinnig. Erstmal euch allen vielen, vielen, vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Ich habe richtig Bock auf die Journey. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was passiert. Wenn ihr noch nicht am Start seid, unbedingt den Live-Kanal auf YouTube abonnieren. Da könnt ihr diesen und alle zukünftigen Streams dann im Nachhinein dauerhaft nachgucken. Aktuell gibt es im Nerdshop noch 20% Rabatt auf alles. Also wenn ihr Timo aus Deutsch euch auf die Brust schreiben wollt. Und ansonsten gilt das, gilt das, was Fabian sagt, ihr alle seid der Hammer. So ist es nämlich. Danke euch allen. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Ich freue mich drauf und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Musik